so herz und herz von rocket league ganz gern geschehen wir haben etwas zu kommen daraus hat ja ostern ja auch seit sonntag eine oster sonntag und ich dachte einfach mal zocken ist meine runde meine veraufgaben zu erfüllen wir müssen noch punkte sammeln ja punkte punkte der stachel abgerockt und extra wertvoll für den besten spieler gut dann werden wir jetzt einmal zocken und einmal punkte sammeln und gucken ich hoffe dass ihr das viermal bester spieler einige warten schnell hinkriege ganz einfach so eingestellt dass man keine faxen macht das funktioniert ich kann die bolle eigentlich wechseln den brauche ich nicht mehr nehmen wir mal den baller die ich verliebe den tonkopf ich sehe jetzt doch nicht aber wenn der tonkopf mehr ist kann ich wenigstens den baller nehmen ich finde den geilen der tonkopf mehr zu spieler und dann spielen extra modus rumpel spiel suchen und hier ja so wie die online ja jetzt seid ihr mal dabei wenn wir suchen wenn wir suchen können wir unsere rede ändern das sieht auch scheiße aus muss ich halt benutzen ja das passt doch hier wieder gut wir haben das spiel gefunden wo sind wir wo wir sind schon ok neu oder haben wir reingemassen gucken wir mal neu ok erst muss ich ein bisschen einspielen Leute erst muss ich ein bisschen einspielen erst muss ich ein bisschen einspielen erst muss ich ein bisschen einspielen ja 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 scheiße ja was da haben wir da war nichts mehr zu machen da war nichts mehr zu machen egal was da warte da da bin ich hier bin ich da bin ich bin ich Scheiß! Alter, sind wir scheiße! Das ist nicht gut! Nein! Nein, nein, nein! Das ist so knapp! Da war auch keiner da, der das machen könnte! Warte! Und wieder 3 bekommen! Ende sind wir besonders gut oder besonders scheiße! Eins von beiden ist es auf jeden Fall! Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr! Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr! Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr! Ich werde es nicht erfüllen, Leute! Ich habe jetzt noch einen Bock mehr! Ich habe jetzt noch einen Bock mehr! Ich habe jetzt noch einen Bock mehr! Ja, komm aufgeben! Allerbeste! Komm, ist doch scheiße! Ja, aufgeben! Ich habe jetzt noch einen Bock mehr! Das hat keinen Sinn gehabt! Das hat einfach... Das hat keinen Sinn gehabt! Das hat keinen Sinn gehabt! Leute, wir machen 9! Das hat keinen Sinn gehabt, Leute! Ich will doch keine Party! Wenn die einfach scheiße sind! Nee! Nee, Leute! Das ist... Genau nicht gut! Aber... Nee! 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 Ich mag... Ganz normal! Wenn man scheiße ist, sollte man das akzeptieren! Und... Es hier eingestehen! Und dann einfach die Konsequenzen ziehen! Und einfach... Aufgeben! So! Weiß es! Komm! Lass es! Ja! Du sie weißt! Das ist... Schade! Ja, komm! Leute! Leute! Wir warten so ein bisschen! Das ist ein zu kurzer Part! Man hat immer ein Match! Aber das war kein Match! Das war wirklich... Das war gar nichts! Oh! Die Arena hier haben wir selten! Die Arena haben wir selten! Ehe! Ich weiss! Das ist das! Ich weiss! Die Arena hat sie am Anfang oder nicht oder? Keine Ahnung! Kein Turki! Aber wie liefen denn alle jetzt? Was soll denn das? Scheiße Das ist mein Tor Wer ist ein Tor? Warte, guck mal Er hält dein Tor, wir sind nur zu zweit Oh ne Wir sind nur zu zweit Und im Wettkampf scheint auch keiner nach Ist das die Scheiße Egal Wir versuchen trotzdem zu gewinnen Auch wenn es fast so möglich ist Ähm ich hab doch gesagt Wettkampf Komm schon Jawoll Das ist ja gut Lieber Schade Schade Ah Schade Wie ist denn das? Hätte ich nur treffen müssen, dann wäre er drin gewesen. Ach, scheiße, Mann. Nein, du Wichser. Was für ein Hurensohn. Dieser Hurensohn. Komm rein damit. Was ist denn mein Mitspieler? Was ist denn mein Mitspieler? Was ist denn mein Mitspieler? War einfach gut gemacht. Aber das ist die Scheiße. So, jetzt würden die auch immer durchgehindert. Nein, ich habe nichts gegen Behinderte. Ich habe nichts gegen Behinderte. Was ist denn mein Mitspieler? Friespins. Aber Friespins gewonnen. Mein schön. Das gute Wohlf. Wie viel? Zehn. Jawohl. Das bringt mir aber nichts. Ich hätte einfach so gut guckt. Obwohl ich den Holi will eigentlich immer einholen. Ich muss besser sein wie er. Ich muss besser sein wie er. Aber es ist noch 2.15. Wenn ich noch ein bisschen, ein bisschen leise dann... ... hab ich halt das. Ein Vorschuss erkommen. Das war ein Vorschuss. Alter. Alter. Lecks. Ich habe einen Lecks. Die übelsten Lecks habe ich. Hammermäßige Lecks. Also, wir verpassen. Der ist gut. Drei. Ist der ein Niveau gut? Was macht der? da da mega mensch wenn du die Quest nicht schaffst du bist mit, dann ist es halt so dann muss ich halt die Quest dann muss ich das so machen und halt dann wird sie jetzt mit den Aufgaben übernommen dann ist es halt so dann kann ich mich ändern das wird nicht mehr reichen das wird nicht mehr reichen schon, das war jetzt dumm aber tut mir leid, das ist zwar dumm aber das und Leute wir sind nur zu zweit wir sind nur zu zweit wir sind nur zu zweit wir sind 4-1 vorne ja komm, willst du das machen dann mach was mach ich denn wieso komm jetzt hin und verwirkt der holen Ball was macht jetzt mein Gott nein Mann ja das scheiße gewonnen gewonnen aber ich muss ich muss einfach zu spüten ne scheiße das ist ne scheißaufgabe das ist ne das ist ne das ist ne das ist ne ich wusste genau was der ist ne das wusste ich jetzt die vorläufe aber die vorläufe das lüfe mir gar nichts das wieso ups war doch 100 wieso ups war doch 100 waaah ja, mit wunsch das abgedruckt ne der sieht scheiße aus ne der sieht scheiße aus ne der ist nicht scheiße oh die sind die sind ausgebrannt scheiße ich muss nicht auch liegen wieder mal dazu wieder mal dazu ja wie taubend zurück auf jeden Fall das weiß ich hmm das war's erstmal bis nächstes wenn wir jetzt ein Video kommentieren teile mich abonnieren bis nächstes mal tschüss bis